Kann ich eine Regelaltersrente vorzeitig in Anspruch nehmen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Auch hier wieder eine Anfrage aus dem Internet eines Kunden, der teilte uns kurz und unumwunden mit, dass er gelesen habe, dass er die Regelaltersrente wohl auch vorzeitig in Anspruch nehmen kann. Nein, die Regelaltersrente können Sie grundsätzlich nicht vorzeitig in Anspruch nehmen. Die Regelaltersrente ist die reguläre Rente, die im SGB VI ganz klar keinen vorzeitigen Rentenbeginn hat. Für die Regelaltersrente und das entsprechende Renteneintrittsalter gelten entsprechende Vorschriften und wir haben eine Grundvorschrift, dass ich die Regelaltersrente mit Vollendung des 67. Lebensjahres erstmalig in Anspruch nehmen kann. Das gilt ab dem Geburtsjahrgang 1964 für die Geburtsjahrgänge von 1947 bis Geburtsjahrgang 1963 wird das Renteneintrittsalter für diese Rente vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr stufenweise angehoben. Das heißt also, nochmal, es gibt definitiv keinen vorzeitigen Beginn einer Regelaltersrente. Sie können immer nur mit Ihrem regulären Renteneintrittsalter bei der Regelaltersgrenze in diese Rente gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.